Der Mann mit den Haken Ein paar Jahre nach dem letzten großen Krieg reiste eine amerikanische Touristin durch Japan, machte unzählige Fotos und bewunderte die hübschen Kimonos der Japanerinnen. Sie betrachtete Tempel und Gärten und versäumte kein Fest. Um das berühmte Jiyom-Fest zu erleben, fuhr sie nach Kyoto, der alten Kaiserstadt. Dort wohnte sie im besten Hotel, das es gab. Schon am Morgen des Festtags war sie unterwegs, um in der Menschenmenge einen Platz zu finden, von dem aus sie den Festzug gut fotografieren konnte. Immer mehr Menschen drängten sich auf den Straßen. Die Amerikanerin blieb schließlich auf einer Brücke stehen. Das Geländer hatte einen breiten Sockel. Auf diesen Sockel konnte sie steigen, wenn sich der Festzug näherte. Aber er kam noch lange nicht. Die Amerikanerin lehnte sich über das Geländer und schaute einem Mann zu, der eine schmale Ufertreppe zum Fluss hinunterschritt. Er hatte eine alte Soldatenmütze auf, war groß und breitschultrig und noch jung. Er hatte keine Hände mehr. Statt der Hände trug er zwei Haken, an den Stümpfen festgeschnallt. Sie sahen aus wie ganz gewöhnliche Kleiderbügelhaken. Er schien sehr geschickt mit ihnen hantieren zu können, denn er führte einen kleinen Affen an der Leine. Es war ein festlicher Morgen. Fahnen und bunte Bänder flatterten über den Dächern und auf den Brückenbogen. In Sonntagsgewändern eilten die Menschen hin und her. Touristen schwärmten in Scharen über die Brücke und schwenkten ihre Fotoapparate. Den Mann mit den Haken sah niemand. Er war jetzt unter der Brücke, fast genau unter der Amerikanerin. Sein Affe trug einen Tiroler Hut, mit Bändern unter dem Kinn festgebunden. Eine Feder wippte darauf. Die Japaner finden Tiroler Hüte sehr spaßig. Etwas aus fernen, merkwürdigen Ländern. Der Mann führte mit dem einen Haken den Affen an der Leine. Am anderen trug er einen Kasten mit einer Kurbel und vier Stelzfüßen. Als er unten am Ufer ankam, stellte er den Kasten ab. Unglaublich geschickt band er den Affen mit seinen beiden Haken an einem Holzgerüst fest, das am Wasser stand und die Terrasse eines Restaurants stützte. Dann kniete er nieder, kreuzte die Haken vor der Brust und tauchte den Kopf tief ins Wasser. Währenddessen turnte der Affe auf den Verstrebungen des Gerüsts herum und beobachtete seinen Herrn. Der den Kopf hob, ihn schüttelte und Tropfen in alle Richtungen spritzte. Mit den Haken fuhr er sich ins Haar und ordnete es. Auf der Brücke lärmte der Verkehr. Der Festzug hatte die Ordnung der Stadt gestört. Autoschlangen krochen über die Brücke, die unter ihnen bebte. Den Mann störte das nicht. Er band den Affen kürzer an die Leine. Der wusste offenbar, was er nun zu tun hatte. Mit seinen Vorderpfoten hielt er sich an einer Sprosse fest und reckte seinem Herrn sein Hinterteil hin. Der hob den Schwanz des Affen mit seinem rechten Haken hoch, tauchte seinen nackten Fuß ins Wasser und rieb mit ihm den rosigen, unbehaarten Affenhintern sauber. Dem Affen gefiel das. Er hielt still. Aus einer fernen Straße tönte Musik. Trommelschlag und Flöten. Dort zog jetzt der Festzug dahin. Karren um Karren, hochgetürmt, beflackt mit kostbaren Teppichen behängt und von Menschenkolonnen gezogen. Der Mann ließ den Schwanz des Affen wieder herab. Er band das Tier los. Es hüpfte auf den Kasten und hielt die Hand auf. Mit dem Haken zog der Mann eine Schublade aus dem Kasten. Darin stand ein Napf mit Reis. Er klemmte den Napf zwischen beide Haken und hob ihn so zum Mund. Er aß wie ein Tier, mit dem Mund aus dem Napf. Was er übrig ließ, grabschte sich der Affe mit seinen kleinen, zierlichen Fingern und stopfte es sich hastig ins Maul. Im Nu war der Napf leer. Da hielt der Mann mit seinem Haken die eine Hosentasche auf. Der Affe sprang ihm auf die Hüfte und zog eine gelbrote Frucht aus der Hosentasche. Offenbar ein tägliches Zeremoniell. Während der Affe schmatzend die Frucht verzehrte, sprach der Mann mit ihm. Die Amerikanerin konnte nicht verstehen, was er sagte, wegen des Lärms und weil er Japanisch sprach. Aber es war, als ob er sich mit einem Menschen unterhielte. Eine Weile später klemmte er den leeren Napf zwischen die beiden Haken, spülte ihn im Fluss aus und schob ihn wieder in die Schublade. Der Affe trank vom Flusswasser. Der Mann auch. Beide kauerten nebeneinander am Ufer und tauchten ihre Köpfe halb ins Wasser. Dabei sahen sie sich sehr ähnlich. Die Amerikanerin fand diese Szene köstlich. Sie knipste und knipste. Ein buntes Band flatterte von der Brücke herunter. Der Affe erwischte und schwenkte es. Der Mann band es mit Mund und Haken dem Tier um den Leib. Das zerrte erst daran. Dann hüpfte es auf dem Kasten herum und klatschte sich mit den Vorderpfoten auf den Bauch. Der Mann schubste es sich auf die Schulter. Zärtlich ringelte es sein Schwanz um den Hals des Mannes. Dann schleppte der Mann den Kasten die Treppe hinauf, auf die Brücke. Nicht weit von der Amerikanerin stellte er ihn ab. Der Kasten entpuppte sich als Drehorgel, deren Kurbel der Mann mit dem einen Haken drehte. Sobald die Musik einsetzte, begann der Affe auf dem Kasten zu tanzen. Die Feder auf seinem Hütchen wirbelte dabei. Es dauerte nicht mehr lange. Bald würde der Festzug auf der Brücke sein. Schon entnäherte sich fernher die Musik. In den Karren, Baldachin überschattet, saßen die Musikanten. Sicher waren sie schon müde, denn es war ein Hochsommertag. Leute blieben vor der Drehorgel stehen und lachten. Immer mehr Gaffer versammelten sich um den Mann mit den Haken und sahen dem Affen zu. Sie ließen sich gern die Zeit vertreiben. Sie waren auch nicht knausrig. Die Amerikanerin beobachtete, wie sie Börsen zückten, Beutel öffneten. Aber wohin sollten sie die Münzen legen? Da war kein Teller. Der Mann lächelte nur und zeigte auf den Affen. Der nahm den Spendern die Münzen aus der Hand, beroch sie und ließ sie seinem Herrn in die Hosentaschen fallen. Mal in die eine, mal in die andere. Die Amerikanerin war gerührt. Sie öffnete ihr Täschchen und zog einen 20-Dollar-Schein heraus. Sie war dem Mann dankbar für die hübschen Dias, die er geliefert hatte. Wie würden sich später ihre Gäste in Amerika amüsieren über diese Affen-Menschen-Kumpanei? Sie reichte dem Affen den Schein. Der zögerte, wurde unruhig. Auf Scheine war er nicht gedrillt. Er wusste nur, was er mit Münzen zu tun hatte. Er wusste, misstrauisch beroch er die Banknote, fletschte die Zähne, keckerte. Aber da hörte der Mann je auf, die Kurbel zu drehen. Er starrte die Amerikanerin an. Er sah auf ihrer Bluse eine Anstecknadel mit einer kleinen amerikanischen Flagge. Er streckte die Arme nach ihr aus, klemmte die 20-Dollar-Note zwischen seine Haken, drehte sich um und ließ den Schein über das Geländer in den Fluss flattern. Dann wandte er sich wieder der Amerikanerin zu und sagte leise, aber langsam und deutlich Hiroshima! Die Leute rings um die Drehorgel starrten die Amerikanerin stumm an. Die Amerikanerin hat sich den Festzug nicht angeschaut. Sie ist in ihr Hotel zurückgekehrt, in das teuerste in ganz Kyoto. Dort hat sie geweint.